Entschuldigung, na, es ist so kalt geworden. Wie geht's denn dir? Wir haben uns so lange nicht gesehen. Na, Bommelmaßi, immer ein bisschen spät. Ich bin auch so müde. Ich weiß nicht, ich komme irgendwie morgens gar nicht mehr aus dem Bett. Diese Jahreszeit, diese dunkle, macht mich echt fertig. Ich brauche erstmal einen Kaffee. Aber du siehst fit aus. Dankeschön. Also ich komme ja normalerweise auch echt schwer aus dem Bett. Also im November finde ich es mal ganz schrecklich. Aber ich habe von so einem Trick gelesen und jetzt habe ich mir so ein Licht mit hohem Blauanteil gekauft und das hilft irgendwie voll. Blauanteil? Ja, also man soll sich wohl eine Lampe kaufen ab 4000 Kelvin. Das hilft. Und 6500 Kelvin sind schon wie echtes Tageslicht. Also keine Ahnung, mich motiviert das total. Das ist echt krass. Okay, bist du jetzt Landmexpert oder was? Ja, bin ich. Gut, ich probiere es mal aus. Vielleicht kannst du ja später mal bei mir zu Hause im Schlafzimmer gucken. Ich glaube, mein Licht ist da echt nicht so besonders. Klar. Wäre mega, mein Schatz. Aber jetzt trotzdem erstmal Kaffee. Na gut. yea. Nie. Na gut. Ja. ên naughty. ished. Ya emotion. Noirs. 버무� cosas thanks. W-Boisalsh? Wieist. 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 ich. Wieist.